Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Umlauts-Video. Heute ein Film über den M50 Art District. Der M50 Art District ist ein Künstlerviertel in Puto in Shanghai, direkt am Suzhou Creek. Ich habe dort meinen Freund Shaoyan besucht. Er ist Kurator der IMA-Galerien. Ihr findet ihn, wenn ihr ihn sucht, in der Bananafisch-Galerie. Im M50 Distrikt gibt es mehr als 140 Studios und Galerien. Die Anlage war einst die Xinhe Baumwollmühle. Auf der stillgelegten Industriefläche fanden Künstler Anfang des Jahrtausends billige Mieten und große Studios. Der Künstler Shusong gründete auf dem Gelände 2000 den M50 Contemporary Art District, so heißt er tatsächlich. Das M50 lebt von einer großen Bandbreite unterschiedlichster Kunstgalerien, von traditioneller chinesischer Kunst bis hin zu progressiven Arbeiten. Neben vielen Kleingalerien finden sich auch einige Dickschiffe, wie zum Beispiel Vanguard, Kronos oder Island Six. Das Viertel ist bei Touristen sehr beliebt und es kommen auch tatsächlich sehr viele Touristen aus Deutschland dorthin. Also, herzlich willkommen im M50 Art District. Untertitelung im M50 Art District. Untertitelung des ZDF, 2020